Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Heute mit der Datenstruktur SET oder auch SET manchmal genannt von manchen Menschen. Ich mache manchmal beides, also nicht wundern, okay? Das ist einfach nur meine Aussprache. So, ein SET ist eigentlich eine sehr interessante Datenstruktur, denn es führt direkt dazu, dass einzelne Datenpunkte eigentlich einzigartig sind. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier, sagen wir mal, ein SET habt, das ist jetzt eure Wolke sozusagen und ihr habt dort einige Datenpunkte drin und versucht dann zum Beispiel die Salami noch ein zweites Mal einzufügen, dann passiert einfach folgendes, sie verschwindet wieder. Und das ist ganz toll, denn so kann man wirklich dafür sorgen, dass einzelne Datenobjekte wirklich nur ein einziges Mal in eurem SET vorkommen. Und das ist super geil, denn ja, da habt ihr quasi, also für manche Anwendungen natürlich, manchmal wollt ihr auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel zweimal Salami auf eurer Pizza zu haben oder so. Aber manchmal wollt ihr eben auch nur die Möglichkeit haben, maximal einmal jedes Objekt drin zu haben. Und das ist sehr, sehr nützlich. Denkt zum Beispiel an YouTube-Videos. Diese YouTube-Videos, die haben einen eindeutigen Identifikator. Oben in der Adressleiste findet ihr den. Das ist der nach dem Watch ist gleich, ja? Und der sagt euch, welches genaue Video das ist. Und es darf jedes Video nur ein einziges Mal vorkommen. Und das wird im Endeffekt über ein SET gemacht. Denn wenn man jetzt zum Beispiel ein Video zweimal hochlädt, dann kann man es trotzdem nicht zweimal veröffentlichen. Denn YouTube überprüft, ob die beiden Videos identisch sind über so ein SET. Und wenn sie identisch sind, dann kriegt ihr von YouTube nur eine Benachrichtigung. Doppeltes Video, wurde schon mal hochgeladen, mach weg das Ganze. Und das ist super cool, weil ihr dadurch natürlich, also je nachdem, was euer Anwendungsfall ist, auch wirklich Performance-Vorteile bekommt. Ein weiteres wichtiges Merkmal von SETs ist allerdings, dass sie nicht sortiert sind. Das heißt, diese Dinger haben keine Reihenfolge. Ihr habt jetzt hier nicht die Möglichkeit zu sagen, der Käse kommt vor der Banane und die Banane kommt vor dem Schinken, sondern die kommen einfach alle irgendwie da drauf. Ihr könnt euch das vorstellen wie bei einer Pizza. Wenn ihr jetzt hier auf diesem SET alle Objekte durchgeht, also sagt, ich hätte ganz gerne alle Elemente in diesem SET drin und ich möchte da jetzt durchgehen, weil ich mir eine Pizza bauen möchte nach diesem Rezept hier, was eine ziemlich eklige Pizza wäre, aber hey, dann könnt ihr euch das so vorstellen, mal schmeißt ihr zuerst den Käse drauf, dann die Banane, dann den Schinken und dann die Salami. Manchmal macht ihr es aber auch komplett so, dass ihr zuerst Salami und Schinken drauf macht und dann Käse und Banane. Und manchmal macht ihr das nochmal anders. Also es ist wirklich zufällig, in welcher Reihenfolge diese Objekte da drin sind. Und das könnt ihr sogar bei demselben SET sagen. Also wenn ihr zweimal auf die Objekte in diesem SET drauf zugreift, dann muss das nicht heißen, dass die beides mal in derselben Reihenfolge sind, sondern mal sind sie so, mal sind sie eben anders. Und ja, das macht das Ganze natürlich für sehr, sehr spezielle Anwendungen sehr, sehr effizient, aber für andere Anwendungen leider überhaupt nicht. Das heißt, immer gucken, was wollt ihr eigentlich tun, macht es Sinn, ein SET zu verwenden und falls ja, seid ihr damit absolut gut aufgehoben, falls nein, solltet ihr vielleicht auf eine Liste oder ein Array umsteigen oder etwas, was ich euch im nächsten Video zeige und zwar die sogenannten Hashmaps, beziehungsweise Maps generell. Ja, das war's für heute schon. Es ist ein sehr kurzes Video geworden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gebt mir gerne Feedback und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.